Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute mal mit einer kleinen Sondersendung, und zwar beim Discounter Penny, gibt es heute diese fünf Polybags zu kaufen. Preis? 3,99 Euro pro Stück. Vielleicht ist das sehr interessant. Einmal das LEGO City, dann den Creator. Ninjago darf nicht fehlen. Dann Friends. Und zum Schluss Hidden Side. Vermissen tue ich auf jeden Fall. Star Wars. Was vermissen wir noch? Da gibt es ja einige Serien, die es noch gibt. Marvel oder sowas. Genau, fehlt auch. Batman. Das sind Lizenzgeschichten, die geben so eine raus für 3,99 Euro. Das glaubst du am Ernst nicht. Naja, wenn man gierig ist, dann gibt man sowas nicht raus. Wie gesagt, das wollten wir euch nur schnell mitteilen. Die Dinger werden auch von uns geöffnet und dann in einzelnen Reviews vorgestellt. Wahrscheinlich machen wir das immer in einem Zweierpack. R1, ich 1. Damit es nicht so langweilig ist. Ja. Kleiner Teaser für heute Abend. Dat kommt. Dat ist fertig. Und ich sag's euch ganz ehrlich, das hat unheimlich Spaß gemacht. Das sieht genial aus. Ich konnte leider nicht viel mitarbeiten, weil ich was anderes gemacht habe. Ja, der hat gearbeitet. Nix für Spaß. Arbeiten. So Leute, wenn euch solche Videos gefallen, Daumen hoch, abonniert uns, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr solche Sachen weiter sehen wollt. Und wir setzen das gleich sofort on. Weil er war gerade jetzt hier beim Penny, hat das geholt, weil das bei uns in den News gestanden hat. Und ja, wir haben jetzt 9.30 Uhr. Ich denke mal in 10, 15 Minuten ist es on. Wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr sowas weiterhin sehen wollt. Ja oder nein. Und wir verabschieden uns mit Kauf auch sowas Schönes. Ciao.